Hast du jemals gesehen, wie vornehme Herren ihre Damen behandeln? Na klar hab ich das. Sollen wir Ihnen mal wirklich zeigen, wie das geht? Oh ja, das machen wir. Ja, Nancy, gib uns eine Vorstellung. Es ist ein ständiges Verbeugen. Ach, na und Hu ziehen. Und lass deine Unterröcke nicht in den Dreck fallen, mein Liebling. Und bitte nach Ihnen. Nein, bitte nach Ihnen. Ich tu, was du willst, für dich, Schatz, was du willst. Denn du bist, was du willst für mich. Ich seh dein Lächeln, wenn du willst und bleibe, wo du willst und mache, was du willst für dich. Kaufst du mir ein Haus, wie du willst, einen Blumenstrauß, wie du willst. Fängst mir eine Maus, wie du willst, von das Bild heraus. Was muss das sein? Ich hau, wen du willst und schlag blau, wen du willst. Denn ich tu, was du willst, was du willst, für dich. Ah, tolleartig. Nancy, Nancy, komm, und jetzt, Oliver. Mach alles so, wie du bei Doce gesehen hast. Ich helf dir mit dem Wort, warum nicht zu lassen ist. Ich tu, was du willst, für dich, Schatz, was du willst, denn du willst, was du willst, was du willst, für mich. Ich seh dein Lächeln, wenn du willst und bleibe, wo du willst und mache, was du willst, für dich. Putzt du meine Schuhe, wie du willst, selbst der Känguru, wie du willst, folgst mir immer zu, wie du willst, gehst nach Timbuktu und auch zurück. Ich hau, wen du willst und schlag blau, wen du willst, denn ich tu, was du willst, was du willst, für dich. Hey, go, warte, ne, 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 Wie du willst, ruckst du es aus, dann hängen wir, wir gehören dir, uns freuen, schwören wir, wenn wir tun, was du willst, was du willst für dich. Vielen Dank.